hallo und herzlich willkommen jetzt wieder im ets 2 ja wir stehen hier in kona und wo fahren nach rom das sind so 250 kilometer in etwa und wir haben der paletten geladen denkt das ist nicht weit und ja dann werden wir mal los machen und dann wünsche ich euch eine schöne nur genießt die fahrt viel ist ja nicht hier denken wir werden das schon nicht kriegen wie gesagt genießt die tour jetzt machen wir mal los und dann haben wir mal dass wir hier gut durchkommen ohne unfall ohne alles diese tour genießen sage ich meine und ob ich oder ja genau nachlegt lassen wir die autos war noch alles hier und ja dann werden wir mal los machen wird jetzt keine probleme geben jetzt hier haben wir mal anständig die 200 kilometer kriegen wir schnell rum das ist kein akt natürlich weiter läuft ja ja was gibt's so neues nicht viel sage ich mal mal diese hausfahrt wenn ich durch vor arbeiten wir ja schon hier kommen wir schon auf der autobahn und am ende bezahlen so wie immer halt nur und genießen mal hier sind art die landschaft natürliche genießen das passt dann schon wir sehen dass wir jetzt auf die autobahn kommen dann geht es auch hier wird es auch hier ja das sieht schon gut aus hier finde ich auch wenn da vom fahren her ist nicht viel so ich meine dass wir hier schöne touren haben hier landschaft so schön alles landschaft ein bisschen mit anschauen und so und finde ich gut eigentlich muss ich sagen jetzt geht es natürlich ein bisschen an der küste entlang und am jahren bitte lang das passt doch perfekt die landschaft sieht schon top aus hier aber ich glaube ich müsste mal tanken ich hoffe dass hier eine tankstelle kommt bisschen sprit reinlassen das wäre nicht schlecht das braucht er halt auch naja auf einmal mal dass einer kommt na ja hätte auch feuer tanken sollen können eigentlich ein bisschen aber naja ist halt dumm gelaufen oder sollte nicht so sein aber naja egal das sieht doch so schön aus hier finde ich ja also hat schon was auch hier kommt die tankstelle ist doch perfekt da kann man da einmal und von ihr war jedes jahr ach wie soll ich sagen über hier liegen bleiben 1 83 das ist natürlich auch schon mal heftige nummer aber was wir machen wir müssen halt danke und dann ist es halt so ne aber da kann man wenigstens wieder mal ein paar kilometer fahren und deshalb kann man weitermachen so und wenn wir jetzt mal rechts bauen müssen auch nicht schlecht dann bauen wir das rechts halten dann ausfahrt rechts nehmen die ausfahrt rechts so viele wege führen herum wie es so schön heißt auch das passt zu zweit ist es ja nicht mehr ja wie gesagt wenn wir dann mal sehen wie es weitergeht hier fahren ja wie gesagt jetzt erstmal nach rom und dann warten wir mal aber ich denke wir werden noch gut ankommen und ja wie gesagt das ist erstmal nur eine folge jetzt mal die schnelle nebenbei aufnehmen kommen jedenfalls sieht es richtig schön aus da die landschaft und so passt irgendwie perfekt hier kommt es schon wieder da haben wir es ja fast weit ist ja gar nicht mehr naja läuft doch perfekt in der langen tunnel wieder so gut solange ist ja auch nicht schlecht dachte der war länger aber so passt das auch total ich aus ja das sieht hier wie die autobahn sich so in der landschaft ein und schwiegt irgendwie hat es was autobahn und die landschaft das passt irgendwie finde ich irgendwie alles irgendwie zusammen aber was das auch ja wie soll ich sagen aber guck mal erst so schön einschnitt und dann die wunderschöne brücke hier doch recht ausnahm hat irgendetwas in top wo wir hier zurück schaut die stau und so und ja es hat echt was muss ich sagen das hat echt was das ist hier die tankstelle wie das so eingebaut ist hier ehrlich also das ist hier die tankstelle wie das so eingebaut ist hier das ist noch die alte map sag ich mal das sieht man auch aber ich denke dass die das italien irgendwann auch aufbauen also ich bin es nur herrlich perfekt so perfekt so ich bin es schön ja mhm so 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 Das war's. wir denn noch 16 kilometer aber das ist doch perfekte denn wir ja schon da es ging echt schnell muss ich sagen also von daher allzu lang war es auch nicht die tour ok und ja jetzt schauen wir mal wenn wir jetzt da ankommen dann werden wir abladen das zeug ja und dann schauen wir mal muss und dann hinführt aber wir müssen ja schon mal da ankommen halt auch denn wir ja nicht da sind ja noch ein paar kilometer die ausfahrt rechts immer geradeaus so dann haben wir links am kreisverkehr der ausfahrt nehmen diese ausfahrt kein problem ich finde eine neue route biegen nach links ab weder und schon sind wir angekommen und es war eine super tour muss ich sagen kein weg kein stress kein unfall alles tipptopp so 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 da sind wir angekommen und ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen und sage ich vielen dank fürs zuschauen und für ein like und abo würde ich mich richtig freuen und wird dann bis zum mal tschau tschad 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 tschad